Das war's dann, das war's aus Berlin, der Musikladen. Danke liebes Publikum, sie waren fantastisch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir wollen uns noch bei den Kollegen vom SFB herzlich bedanken und auch bei der Mannschaft vom Fernsehüberg des Süddeutschen Rundfunk Stuttgart. Sie waren eine fantastische Hilfe. Der nächste Musikladen gibt's am 15. Oktober. Und dann wieder aus Bremen. Bis dahin. Tschüss, Wiedersehen. Musik Musik